Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 21. Wir sind zurück in der Team Affinity Serie. Es geht gegen die New England Patriots mit Cam Newton und ohne Tom Brady. Drei steine Herausforderung. Wir sollen zur Halbzeit mit einer Führung in Besagte gehen. Okay, wir kriegen einen Bonus, wenn wir für drei unvollständige Pässe sorgen und wenn wir nicht mehr als 75 Yards zulassen. Das ist eine interessante Konstellation, denn drei Incompletions heißt, wir werden hier relativ riskant spielen müssen. Erster Versuch und 10 und wir versuchen mal, wir spielen gegen den Receiver und nicht gegen den Ball. Einfach, weil ich hoffe, dass wir damit eher die Incompletions forcieren können. Erster und 10. Laufversuch der Patriots, gestoppt an der 32. Zwei Yards Raum gewinnen. So, Newton direkt hinter dem Center beim zweiten und 8. Wieder ein Run. Und jetzt ist der Ball an der 30 Yard Linie. Tackle for loss. Wir haben einen dritten Versuch und 10. Und damit die Chance, diesen Drive hier direkt zu beenden, aber leider ohne eine Incompletion bisher. Dritter und 10. Cam Newton schaut, wirft den Ballbesitz, Cowboys, da war der Druck zu stark, aber sehr gut hier gespielt von unserem Middellinebacker von Jalen Smith, der dafür gesorgt hat, dass Cam Newton zu stark unter Druck gewesen ist. So, wir kommen an der eigenen 48 in Ballbesitz. Gehen gleich mal tief. Wir müssen ja sehen, dass wir hier relativ schnell für einen Score sorgen. Johnson mit dem Catch an der 37 sind wir. Wir nehmen die Vorviertekurs, schicken unsere Receiver gleich wieder los. Der Ball geht aber zu Elliott. Der kann sich lösen. First Arm an der 26 Yard Linie. Cowboys wieder mit einem Double Slant. Da hilft Johnson seinem Quarterback. Prescott war hier gerade mächtig unter Druck. Play-Action-Spielzug. Und fast die Interception. Dritter Versuch und zwei. Wir sind an der 19 Yard Linie. So, Johnson und Cooper von links. Wir achten auf Fitzgerald von der rechten Seite. Der Ball geht aber zu Johnson. Jetzt sind wir an der 12 Yard Linie. Play-Action-Reach. Jarwin attackiert die Endzone. Und macht den Touchdown. So. Two-Point-Conversion. Einfach damit wir den Druck auf die Patriots hochsetzen. Wir gehen per Audible in einen Pass. Wir achten auf Johnson. Wunderbar. 15 zu 7. Führen die Cowboys gegen New England. Wir haben eine Incompletion gesehen durch die Interception. und jetzt kommt New England an der 42 der Cowboys mit der Offense wieder auf das Feld. Erster und 10. vollständiger Pass mit richtig großem Raumgewinn. Erster und 10 an der 15 Yard Linie. Cowboys wollten den der Coverfall verteidigen. Da kommt die Two-Minute Warning dazwischen. Laufen die letzten zwei Minuten der ersten Halbzeit. Erster und 10 an der 15 Yard Linie. Newton. Da läuft er selbst. Da ist keiner da. Zweiter Versuch und drei. Wir bleiben in Coverfall. Der Ball ist frei und die Cowboys haben ihn. An der eigenen 16 Yard Linie verliert New England den Ball. Wir gehen tief. Incomplete Pass. Eigentlich müssen wir den Ball direkt per Punt wieder abgeben. Denn die Patriots dürfen ja nicht viele Yards machen. An der 35 geht der Ball ins Aus. Erster und 10. Wir gehen in eine Man-to-Man-Defense. Erster und 10. Ein Screen und das tut so weh. Der Ball an der 17 Yard Linie. 52 Yards haben die Patriots schon wieder gut gemacht. Erster und 10. Für New England. Pass kommt an. Edelman mit dem Catch. Ball ist einer und 7. Wir wechseln jetzt mal in eine Cover-Two. Newton wirft nicht. Wird gesackt. Damit kaufen wir uns Yards. Und das war deswegen ganz, ganz wichtig. Das ist ein dritter Versuch und 14 den wir jetzt sehen. An der 21 Yard Linie. Und wieder läuft Cam Newton. Och Mann, oh Mann, oh Mann. Ach, das macht keinen Spaß. Everson Griffin kann sich da nicht wirklich durchsetzen. Die linke Seite ist immer offen für Cam Newton. und der war fast geblockt. 15 zu 10. Rawwasser, der beste Name in der NFL aktuell, bringt die Patriots in Front. und Elliot mit dem Return an die 28 Yard Linie. Natürlich müssen wir jetzt von hier wieder pappen. Denn uns fehlen ja immer noch zwei Incompletions und den gefallen tut uns Cam Newton ja nicht, hier nochmal unvollständig zu werfen. So, das Problem sind nur, viele Yards brauchen die Patriots nicht mehr, um uns die 75 Yards zu nehmen. Erster und 10 an der Linie. Wir gehen in eine Cover vor. Erster Versuch und 10. Vollständiger Pass über die Mitte. Edelman an die 30. Ich habe keine Ahnung, wie viele Yards gemacht worden sind. Also die EA sollte sich mal abgewöhnen, mit diesen vollflächigen Anzeigen da zu arbeiten. Du siehst einfach hier nichts mehr. Ich habe keine Ahnung, ob wir jetzt noch im Rennen sind, ob die Challenge gefällt ist bezüglich der Bonusziele. Keine Ahnung. Erster und 10 an der 30. von Cam Newton verliert schon wieder den Ball. Timeout. Zweiter Versuch und 19. So, wir nehmen ein Timeout. Dritter und lang. Der Ball an der 36-Yard-Linie. Dauersacks der Cowboys und Cam Newton bringt nicht einen einzigen Pass an den Mann. Also versucht es ja noch nicht mal. Entweder läuft er oder er wird gesackt. Wir sind gerade in den Kicker geschossen. Ich wollte ihn wirklich blocken. Heißt, New England bleibt. Aber da der Ball an der jetzt wo wird der positioniert? Doch an der 30. Sind die Patriots in einer guten Field-Goal-Range. Also ich weiß nicht, ob New England hier noch viel riskieren wird. Also meine Verteidiger stehen immer hinter den Receivern. Also das können wir direkt wieder mal umändern. Das bringt mal überhaupt nichts. Ja, probieren wir mal Sweatball den Ball wegzuschlagen. Wordy blockt den Field-Goal-Try. Quinn nimmt ihn auf. Komm, dann ärgern wir die Patriots ein bisschen. Touchdown Cowboys. Die Challenge dürften wir geschafft haben. Wir sind ja in Führung. 1, 2, 3 heißt 4 Sterne geholt. Aber leider Gottes nicht den fünften. Das heißt wir müssen noch mal wieder ran. So, wir schauen mal eine Press-Defense. Die haben wir gesucht. Erster Versuch von 10 zu schlagen. Aber zumindest hier habt ihr gesehen, da waren meine Verteidiger mal ganz nah dran. Immerhin. Da freue ich mich ja schon drüber. Schauen wir die nächste Press-Defense haben. Das sieht leider nicht so aus. Wir gehen in eine Cover. Nein. Ziehen uns aber zusammen. Lauf über die Außen. First down New England an der 46 Yardlinie. Neuer Erster und 10. Wir gehen in eine Press-Coverage Empty Backfield. Newton wirft unvollständig. Sehr schön. Zweiter Versuch und 10. Und er hat Edelman gesucht und konnte ihn nicht finden. Hier findet er aber seinen Running Back. Der fambelt den Ball. Den nehmen die Cowboys gerne auf. Das ist Wurz verfolgt von einem riesigen Cam Newton Touchdown Cowboys. Oh, das war gut. Wir haben eine Incompletion gesehen. Gehen jetzt per Audible in eine Two-Point Conversion gegen die Patriots. On-Side Kick der Cowboys. Edelman nimmt den Ball auf. An der 43 kommt New England mit der Offense wieder auf das Feld. So, wir versuchen Cam in der Pocket zu halten. Erster Don't 10 an der 43 vollständiger Pass an der 37 Jahr Linie. 22 Offense Yards für die Patriots. Tempo 2 Hauptaufgabe Newton in der Pocket halten. Interception auf die Marcus Lawrence. Oh, der ist nicht der Allerschnellste, um es mal vorsichtig auszudrücken. Auch hier wieder verfolgt von Newton. Defense Touchdown Cowboys. 2 Interceptions von Cam Newton. Die Cowboys ziehen hier gerade gewaltig davon. So, jetzt brauchen wir nur noch einen Incomplete Pass. Wir sind hier auf einem richtig guten Weg. New England kommt dann der 43 der Cowboys wieder mit der Offense auf das Feld. Wir gehen in eine Cover 6. Wir suchen auch hier Newton in der Pocket zu halten. Vollständiger Pass. Ein Jahr Raum gewinnen. Zweiter Versuch und 9. New England hat Probleme. Zweiter und 9. Guter Lauf durch die Mitte. So, das heißt dritter und 5. Wir sind kurz vor dem Two Minute Warning. Sehen wir noch ein Play. Newton wirft. Das ist nicht zu glauben. Wie kann so ein Pass denn ankommen? Unter Druck der Receiver gut gecovert und trotzdem kommt das Ding an. Unfassbar gutes Play der Patriots. 1. 10 an der 19. Cowboys in einer Cover vor. 47 bis dato erzielt. Zweiter und 9. Touchdown. Ich bin fassungslos. Ne, also das kann ich nicht verstehen. Cover contain. Da war niemand von meinen Verteidigern. Niemand. Ich frage mich, wie du hier noch verteidigen sollst. Also Cam Newton zeigt hier, warum er mal MVP war. Darum er im Superbowl gestanden hat. das ist das ist unfassbar. Da hätten wir gegen Brady zigmal weniger Probleme gehabt als gegen Cam Newton. Elliot an die 31 Ja, wir müssen punden direkt. Es hilft ja nichts. Uns fehlt immer noch die eine Incompletion und den Gefallen tut uns New England nicht. Sie werfen nicht die dritte Incompletion. Wir versuchen jetzt mal, ja wir haben eh nur noch. New England braucht nur noch 10 Yards. Wir müssen jetzt wieder in eine aggressive Verteidigung umschalten. Und gleich ein Blitz, der ankommt. Fumble New England. So, damit haben wir uns direkt mal Yards erkauft. Und das ist die dritte Incompletion. So, jetzt müssen wir nur noch, nur noch dafür sorgen, dass der nächste Pass nicht ankommt. Und die Cowboys entscheiden sich für einen Blitz. Dritter und 15. 74 von 75 Yards. Fourth and Inches. Wir schicken unsere Save-Formation auf das Feld. Wir haben drei Incompletions. Die Patriots haben 74 Yards bis dato gemacht. Das ist kein Fake. Der Field Goal-Try ist nicht gut. Turnover and Downs. Jetzt müssen wir das Ding nur noch nach Hause spielen. In die Halbzeit. Dann haben wir diese Challenge geschafft. So, heißt Laufspiel Sieg Elliott. Heißt Ballsicherheit. Kopf runter. Und er bringt den Ball mal eben an die 32 Yard Linie. Starker Run von Sieg. Erster und 10 für die Cowboys. Die Uhr läuft runter und jetzt ist Halbzeit. Wir haben die Führung. Wir haben drei Incompletions von Cam Newton gesehen. Eins, zwei, drei. Stern Nummer vier. Stern Nummer fünf. Maximum Stars geholt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.